Ich bin in Melbourne, Bitch! Ernsthaft? Ja, okay. Ja, wer will denn so weit denn da? Der Bus vielleicht nicht mal annähernd so weit. Und bei dir ist so alles fit? Wunderbare lange Wartezeit. Ich hör dich gerade ganz schlecht. Was hast du denn jetzt für eine Chips-Tüte gekrallt, Alter? Wenn ich es schaffe, versuche ich mal auf die Piñata zu kommen, aber ich glaube nicht. Auf wo? Ja, wo fliegst du hin? Junk-Jackson. Ja, okay, aber du bist so niedrig. Ja, ach, ich bin zu früh, ich bin irgendwie viel zu tief gekommen. Deswegen habe ich schon einen Fallschirm gezogen. Ich habe gerade mal diesen Trick-Druck hier, der funktioniert mal gar nicht. Gar nicht Ironie oder gar nicht funktioniert? Gar nicht funktioniert mit diesen MLR-Tricken. Ja, das habe ich auch schon gemerkt gerade. Und der gar nichts. Da kommt einer, Alter. Ein einzelner. Kann jetzt meine IT. Ja, das bin ich vielleicht. Das kommt dann. Ah, doch da unten, hinter uns. Wo ist denn der? Siehst du den? Der ist hinten, der ist schon woanders. Wo woanders? Ich habe eine blaue Sniper. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal den Typen wegkratzen. Hashtag rennen. Oh, oh, oh. Sag es jetzt erst. Oh, weil ich jetzt gerade erst aufgeguckt habe. Toll. Dann rennen wir jetzt voraus, hey. Ich seh den. Ich seh den Typen. Der ist da drüben, lass den schnell holen. Der ist alleine oder ist er? Der ist alleine. Ich habe bloß also ein... A, 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 A. Meine Ahnung. A, A oder wie der heißt. Komm von links, oder? Ist zu zweit. Bisschen hier. Kann nix machen, ich bin hier. Bin dead, go hinten. Nice. Hast du Bock, mich wieder zu beleben? Bevor du lootest! Du! Elendiges Mistviech! Als erstes Lootgeiern, Alter, damit ich nix mehr abkriege. Ich will doch eh nix, ich hab doch alles. Ich komme! Ach du Scheiße. Geh, stopp! Rechts, 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 rechts. Das schaub mir eh nicht. Selbst wenn, ist das kein Problem, ich hab noch 10 High-Kids dabei. Ich hätte Dambolin. Na, wenn wir uns auf den Bergbau und könnten mal rüberfliegen, aber das ist verschwendet eigentlich. Wieso? Soll ich sie aufstellen? Ne, das bringt ja uns nix. Ne, da oben am Berg, ja. Oder wir bauen uns übern Berg rüber, ich hab genug Materialien, da oben bei dem Berg, da. Warte, schau mal auf die Karte. Warte. Jetzt setzt die Plattform, Alter, oder ich dreh durch. Ich kann die Plattform hier nicht setzen, warte, da. Go, setz dich weg. Und gleich Fallschirm zwicken, und all dann rüber. Hab ich schon. Ey, das läuft ja wie im Schnürchen. Das Haus ist leer. Ne, ist es nicht. Hier oben ist nix. Hier liegen nix. Hier liegt ne M4. Aber optimal jetzt im Wesen. Hier ist ne Falle, Alter. Warte, warte, nicht reingehen. Ich komm rüber. Ach du, da kommt einer. Rechts, rechts, außer der Tür. Da kommt einer hoch. Ne, links hinter dir irgendwo. Da ist ein ganzes Team, Digger. Beleb mich. Yes. Da oben, durch die Tür. Pass auf. Pass auf, lass mich. Ja, kann ich mir auch beides noch leisten. Depp kostet 500 und es gehen 1,5. Ja, du musst aber nicht unbedingt damit rechnen, dass ich jetzt noch direkt den Season Pass gerne so kaufen würde. Mit dem Geld, was ich jetzt schon noch drauf hab. Weißt du, was ich mein? Nee, eigentlich na. Ich hab jetzt noch 1000 Wendungen mit V-Bugs drauf. Ich komm wahrscheinlich noch auf 1, äh, auf 2, 2 oder 2, 3. Und dann würde ich mir den gern so kaufen. Ohne direkt nochmal reinzucashen. Dann würde ich nix mehr boh, es gehen. Na, wahrscheinlich nicht. Bin mal gespannt auf welches Thema die das nächste Season gehen. Die sind eigentlich relativ vorne dran. Alter sind die weit hinten, die meisten. Oh, da ist ja Anna unten. Aber der will nicht. Auf, wo willst du hin? Ja, schon, großes Gebäude. Da liegt alles voller Waffen. Schnapp dir alle, die du kriegen kannst, schnellstens. Jetzt nimmt der die Waffen nicht mit. Ich bin noch alleine, Alter. Ja, vielleicht unten. Die machen wir. Ja, wir haben wohl ne Minikam. Echt jetzt? Ja, hier. Geil, Alter. Warte, ich bring mich um, uns zuschauen. Wenn du ne Pumpe hast, ich nehm dir die Pumpe gerne ab. Oh, ich hab ne Pumpe. Da läuft jemand rum. Da laufen zwei rum. Und ich hab kein Blut mehr in meinen Füßen. Oh, Mann. Ich weiß schon. Ich achte schon drauf. Ich springe direkt weg, wenn ich jemanden höre. Und der kommt hoch. Für den, für den, für den, für den, für den, für den. Oh, mein Gott. Der hinter, die hat eine goldene Pistole. Alles klar. Und das Medikit würde ich gerne nehmen. Ja klar, deswegen liegt's ja noch da. Ich hab jetzt auch nur noch 40 Leif. Ja klar, die Minikam braucht da wegen Zeit zum Aufladen. Bis Maschinen kann. Vernehm ich mir den... Alter, warum hab ich jetzt momentan so absolute Server-Input-Lags? Könnt ihr ranlegen, wenn ich Livestream. Äh. Schauen wir mal unten, ob deine Falle liegt. Guck da halt nochmal durch. Äh. Ich find's cool. Na vorhin hat das Hörbuch auf Dauerlaufen. Okay. Alter, ich fang jetzt schon wieder Space-Rappen an. Zone ist uns hold. Lass mal nach weh ins Gebäude rüber gehen, okay? Okay, kommst du nicht. Ich geh aufs Dach. Ich baue mich rüber. Komm in den Zwischending, ich muss stehen hinter dir. Nicht erschrecken. Alter, ja, 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 okay. Wenn du Verbände findest... Oh, die Schnauze halten, Katze. Hast du deine armen Muschi in Ruhe? Blaue M4. So geil, das hab ich gehört. Ah, meine Hälfte. Halt die Schnauze! Halt die einer. Nee, da oben. Ich hab einfach in ihrer Deckung ihre Brücke weggeschossen. Halt's Maul! Ich komm hoch, ich komm hoch, ich komm hoch. Haben sie dich weggesniped? Nee, ich komm runter. Wissen du genau. Ich weiß nicht. Großem Gebäude neben uns, da, wo wir drin waren. Achtung, die schieben Granaten rein. Nee, nicht so schön. Komm am besten hier in den Raum rüber. Ja. Oh Mann, sonst haben sie sich trotzdem hier rüber geboren. Ah, die ist doch gar nicht so geil wie gedacht. Ab nachts. Und ne Ding M4 und ein Granatwerfer, der ist meiner. Wo ist die goldene Ding? Was ist denn mit der Schwung goldene Tüste? Miau! Oh, ich gleich eine rein, ich sag's. Dadurch noch Polenpistolen-Ammo. Wollen die Schnauze halten jetzt? Jetzt lass doch deine arme Mieze in Ruhe. Komm, lass uns mal verpissen allmählich. Kommt er hoch. Achtung, der kommt von mir rüber. Pass auf, bleib da drüben. Schön hier. Da, rechts. Weh. Weh. Jetzt bin ich in der Zone. Oh Mann, der ist schon nirgends. Achtung, der kommt rüber, Leon. Der ist hier über mir, über mich. Ich muss Munition nachladen. Ah, schliess.